Sacha Masoch, Amor mit dem Korporalstock Kapitel 1 Zwischen den gestutzten Tarushetten des Parkes von Zarskojecelo, welche rechts und links wie glattpolierte grüne Wände standen, promenierten zwei von schwerer Seide umhauchte junge Frauen in heiterer, ungezwungener Unterhaltung. Wie sie lachten und von Zeit zu Zeit nach den bunten Frühlingsfaltern haschten, hätte niemand geahnt, dass die kleine, schön gebildete Hand der einen, welche jetzt so harmlos mit dem Fächer spielte, zu gleicher Zeit das Zepter des größten Reiches in Europa mit männlicher Energie führte. Es war die Zarin Katharina II., noch immer in voller, beinahe jugendlicher Schönheit Strahlen. Sie war nur mittelgroß, aber ihre wahrhaft kaiserliche Haltung und ihre majestätische Büste ließen sie hoch und gebieterisch erscheinen. Noch mehr jedoch, wie ihre Gestalt imponierte ihr Kopf mit den schön strengen Zügen eines Nero, der kleine, festgeschlossene Mund über dem runden, festen Kinn, die kleine, kühn gebogene Nase, der finstere Schwung der dunklen Brauen über den durchdringenden, großen, blauen Augen und der Blick dieser Augen war es vor allem, der die Millionen wie die Einzelnen zu ihren Füßen niederwarf. Dieser Blick, in dem zu gleicher Zeit so viel dämonische Herrschsucht, selbstbewusste Gelassenheit und wohlwollende Güte lag. Die Begleiterin der Kaiserin im offenen Schlafrock von Rosa Atlas à la Watteau, dieselbe um einen halben Kopf überragend, mit diabolischen, schwarzen Augen und einem kleinen, eigensinnigen Stumpfnäschen, ist eine junge Witwe, Frau von Melin, von ganz aparter, man möchte sagen, furchteinflößender Schönheit. Sie hat etwas von einer Tigerin, vor allem die ein wenig verkürzte, grausame Katzenlippe, welche die herrlichsten Zähne hervorblicken lässt, und dann jenen weichen, elastischen, sprungbereiten Gang wie auf Samtpfoten. Wenn sie lacht, wird sie erst recht unheimlich. Also sie haben ihrem armen Seladon den Abschied gegeben, liebe Melin, sagte gerade die Kaiserin, in aller Form. Ich habe ihn wie einen Hund vor die Türe gejagt, erwiderte die schöne Witwe. Diesmal knisterte der Sand zornig unter ihren Füßen. Aber es wird Eklat geben, fuhr Katharina die Zweite fort. Er galt doch bereits als ihr erklärter Bräutigam. Majestät hätten in meiner Lage gewiss nicht anders gehandelt, entgegnete Frau von Melin. Wer weiß, sprach Katharina die Zweite. Ich bitte Majestät, sich nur die Szene zu vergegenwärtigen, erzählte die beleidigte Schöne. Kapitän Paulow hatte mich soeben verlassen, mich, die er anzubeten vorgab. Ein unglücklicher Zufall führte mich wenige Augenblicke später in den Vorsaal. Und was sehe ich? Oh, es ist schändlich, es ist ehrlos. Ich sehe ihn, wie er seinen Arm um die Taille meiner Zofe geschlungen hat und im Begriffe ist, ihr einen Kuss zu rauben. Einen Kuss, rief die Kaiserin lachend. Und deshalb? Oh, ich habe ihn gezüchtigt dafür, fuhr Frau von Melin fort. Aber damit ist es nicht genug. Ich werde Rache an ihm nehmen, an dem ganzen lügnerischen, treulosen Geschlechte. Ich hasse die Männer mehr als je. Ich verachte sie so sehr, dass ich nicht begreifen kann, wie es möglich war, dass diese schwachen, willenlosen Geschöpfe so lange über uns geherrscht haben. Aber sie werden die Welt umkehren, Majestät. Schon haben sich die Frauen seit ihrer glorreichen Thronbesteigung des Hutes, Oberrocks und Stockes des Mannes bemächtigt. Sie haben sich den Sattel und die Waffen erobert. Und mehrere der kühnen Amazonen dienen in den Reihen ihres Heeres als Offiziere. Eine Frau von hohem Geiste und tiefer Gelehrsamkeit hat sich den Präsidentenstuhl der Akademie der Wissenschaften errungen. Wir dürfen nicht ruhen, ehe wir nicht regieren und die Männer uns vollständig untertan sind. Wie beneide ich Eure Majestät um die unumschränkte Macht, welche sie über Millionen dieser Elenden haben, welche nicht viel mehr sind als ihre Sklaven, ihrer Willkür preisgegeben. Sind sie nicht im Kleinen eine absolute Herrscherin wie ich? Erwiderte Katharina die Zweite heiter. Gibt es nicht mehr als 2000 Seelen, welche ihr Eigentum sind? Aber ich möchte Sklaven haben, rief die schöne Männerfeindin, welche denken, fühlen, wie ich selbst. Nicht vertierte, leibeigene, gebildete Männer. Und vor allem Paulow, fiel Katharina die Zweite ein. Ja, Paulow, sie hassen ihn wirklich. Ob ich ihn hasse? Es würde mich in der Tat unterhalten, sagte die Zarin nachsinnend. Aber wie könnte man das machen? Lassen mich Eure Majestät nur einen Tag an ihrer Stadt regieren, flehte die schöne Witwe mit erhobenen Händen. Was fällt Ihnen ein, antwortete die Kaiserin, ein wenig die Stirn runzelnd. Aber ich hab's. Sie sollen ein Regiment bekommen. Ein Regiment? staunte Frau von Melin. Das Regiment Tobolsk ist eben frei, sagte Katharina die Zweite. Ich ernenne sie zum Obersten desselben. Welche Gnade! Die schöne Witwe küsste die Hände der Kaiserin. Als Herrin über Tod und Leben ihrer Soldaten und Offiziere haben sie Gelegenheit genug, ihre grausamen Launen zu befriedigen. Aber ich bitte sehr ohne Ungerechtigkeit. Und ist Paulow in dem Regimente? Fragte die rachlustige Schönerasch. Nein, soviel ich weiß. Aber Sie geben mir ihn, Majestät? Katharina die Zweite lachte. Wir werden sehen. Ich bitte Eure Majestät kniefällig, rief Frau von Melin, indem sie sich vor der Kaiserin niederwarf. Geben Sie mir diesen Menschen. Er verdient, unter den Korporalstock zu kommen. Er ist der frechste, leichtfertigste und hochmütigste Mann in Russland und er hat unser ganzes Geschlecht beleidigt. Indem er ihre Zofe küsste, lachte die Zarin. Er schmäht die Frauen bei jeder Gelegenheit, fuhr Frau von Melin fort. Ja, er wagt es Sie selbst. Mich? Die Zarin biss sich in die Lippe. Eure Majestät können sich selbst überzeugen. Ja, ich will mich überzeugen, rief Katharina die Zweite, riss zornig einem Schmetterling, den sie eben gefangen hatte, die Flügel aus und warf ihn in die Dornen. Kapitel 2 Die Hauptwache der Garde in Zarskoje-Selo war das Rendezvous sämtlicher junger Offiziere, jener Regimenter, welche die schöne nordische Despotin zu hüten hatten vor Soldatenverschwörungen und Palastrevolutionen. Vom Morgen bis zum Abend und vom Abend bis zum Frührot rollten hier die Würfel, die Silberrubel mit dem Bilde Katharinas auf dem schmutzigen Tische von rohem Holze. Um Mitternacht, wenn die Kaiserin in ihrem Kabinette arbeitete, neue Gesetze prüfte, Depeschen las, an Voltaire oder Dierot schrieb, die Hofdamen sich hinter die Gardinen ihrer hohen Himmelbetten zurückgezogen hatten, der Palast und die Gärten der neuen Semiramis zu schlafen schienen, war hier der Lärm der Spielenden, Trinkenden, Streitenden am größten und artete nicht selten zur Wüstenorgie aus. So auch heute. Die Talglichter, mit denen der kleine unsaubere Raum spärlich beleuchtet war und welche vollkommen heruntergebrannt waren, warfen ihre düsteren Lichter auf etwa zwanzig vom Wein erhitzte, gerötete oder von der Leidenschaft bleich verzerrte Gesichter junger Leutnants und Kapitäne, welche durcheinander schrien, johlten und sangen. Diesmal spielten sie Onze et demie. Kapitän Paulow hielt die Bank. Es war ein hoher, schlanker Mann, mit hübschem Gesicht, großen, lebhaften Augen und einem Anstrich von Kühnheit, der ihm sehr wohl stand. Er saß in dem allgemeinen Turben ruhig, ja, schwermütig, denn er verlor immerfort. Von Zeit zu Zeit biss er sich in die Lippe oder zerschnitt mit seinem Sporn unter dem Tische die Diele, aber er beklagte sich nicht und fluchte auch nicht. Unbemerkt waren zwei neue Gäste an den Tisch herangetreten, offenbar Offiziere, denn sie trugen den russischen Soldatenmantel, aber sie hatten sich so eingewickelt und die dreieckigen Hüte so tief in die Stirne gedrückt, dass man das Regiment nicht erkennen und ihre auffallend hübschen, beinahe weiblichen Züge nicht unterscheiden konnte. Eben rief ein Dragoner, Vabonker! Die Bank war gesprengt. Kapitän Paulow zog leise an seinem kleinen, schwarzen Schnurrbart. Der glückliche Reiteroffizier strich das Geld ein, ein Rubel fiel zur Erde. Paulow hob ihn auf, betrachtete die imposante von Hermelin umrahmte Büste der Zarin mit einem zweifelhaften Lächeln und warf ihn dann zu den anderen. »Nimm sie, die silberne Dame«, rief er, »ist meine Letzte.« »Ich habe einmal kein Glück mit den Frauen«, die Kameraden lachten. »Weil sie wissen, dass du sie nicht liebst«, murmelte der Höhergewachsene der beiden Ankömmlinge. »Oh, ich liebe sie schon«, entgegnete Paulow verächtlich mit den Lippen zuckend. »Aber ich achte sie nicht«, »und warum nicht?« »Warum?« »Weil das Weib an und für sich ein untergeordnetes Geschöpf ist«, sagte Paulow. Indes war es doch auszuhalten, solange die Frauenzimmer ihre Kinder aufzogen, kochten, sponnen und nähten, jetzt aber präsidieren sie die Gelehrten und kommandieren Regimenter. Ein wüstes Gelächter folgte seinen Worten. »Und gibst du keine Ausnahme zu?« »Eine Ausnahme?« antwortete Paulow trocken. »Ich weiß keine.« »Nun, unsere Zarin.« »Oh, das ist freilich eine große Frau, ein starker Geist«, spottete Paulow. »Die versteht das Regieren, wie eine Marionette das Komödienspielen. Gestern hieß das Stück »Orlov«, heute heißt es »Potemkin« und kein Mensch weiß, wie es »Morgen« heißen wird. Diesmal entstand tiefe Stille und ein jeder der Anwesenden sah den anderen misstrauisch an. »Du hast zu viel getrunken«, sagte endlich der Dragona. »Vielgeschossen«, fiel ein finnischer Jäger ein, »der spricht genauso, wenn er nüchtern ist. Nimm dich in Acht vor den Frauen«, sagte plötzlich eine sonore Stimme hinter Paulow. In demselben Augenblick fühlte er eine Hand, die ihm auf die Schulter klopfte. Zugleich erhoben sich die Kameraden und in dem allgemeinen Tumult war es den beiden Vermummten gelungen, unbemerkt in das Freie zu gelangen. »Was beschließen, Eure Majestät?« begann der Größere der beiden, welche rasch dem Palaste zuschritten. Es war Frau von Melin. »Der Unverschämte soll mir büßen«, rief Katharina die Zweite, stehenbleibend und zornig mit dem Füße stampfend. »Sie sollen ihn haben, liebe Melin! Sie sollen ihn haben!« Kapitel 3 Am nächsten Morgen unterzeichnete die Zarin zwei Dekrete. Das eine ernannte Frau von Melin zum Kommandanten des Regiments Tobolsk. Das zweite versetzte den Kapitän Paulow aus dem Regiment der Simbirsk in jenes des schönen weiblichen Obersten. Vier Tage später stand das Regiment in dem großen Hofe seiner Kaserne im Viereck aufgestellt, um seinen neuen Befehlshaber im Reifrock zu erwarten. Die Offiziere witzelten unter sich halblaut, die alten grauen Soldaten machten finstere Gesichter, die Rekruten lachten und stießen sich mit den Ellenbogen. Endlich kündigte ein Vorreiter in roter Livree auf weißen Pferde die Erwartete an, welche gleich danach in vergoldeter Staatskarosse von vier prächtigen Schimmeln gezogen vorfuhr und ehe der Oberstleutnant ihr den Schlag öffnen konnte, kühn und elastisch heraussprang. Sie trug über einem grauen Seidenkleid die Uniform des Regiments in Form einer eng anschließenden grünen Samtjacke mit rotem Aufschlag und goldener Borte, auf dem hohen, schneeweißen Toupet einen kleinen, dreieckigen Hut mit wallender weißer Feder und frischem Eichenlaub. An der Seite den Degen, in der Hand den langen Rohrstock mit Elfenbeinknopf, wie er damals bei Offizieren, Standespersonen und vornehmen Damen Mode war. Sie schritt, während die Fahne gesenkt wurde, die Trommeln wirbelten, die Pfeifen durcheinander schrillten, Musterung haltend die Front des Regiments ab und blieb dann in der Mitte des Vierecks stehen, die Arme stolz auf der Brust gekreuzt. Soldaten, sprach sie, ihr seht in mir euren neuen Obersten. Indem ihre Majestät, unsere glorreiche Kaiserin, Katharina die Zweite, mich zu diesem ehrenvollen Posten berief, wollte sie weniger mich und meine geringeren Verdienste als vielmehr ihr Geschlecht ehren, das bisher eine unverdiente Zurücksetzung erfahren hat. Meine Aufgabe ist es, euch nun zu beweisen, dass die Hand einer Frau euch sanft und gütig leiten kann, ohne jener Festigkeit zu entbehren, welche irrtümlich dem Manne als ein Vorzug seines Geschlechts zugeschrieben wird. Ich werde liebevoll gegen euch sein, solange ihr eure Pflicht tut, jederzeit gerecht, aber streng und unerbittlich, wo es der Dienst ihrer Majestät die Ehre unserer Fahne verlangt. Sie, meine Offiziere, ersuche ich, in meine Absichten einzugehen, ihre Untergebenen als Menschen zu behandeln und, wo Strafen unvermeidlich sind, solche zu wählen, welche das Ehrgefühl des Soldaten schonen. Insbesondere verbiete ich den Stock und will, dass, wo körperliche Züchtigung unvermeidlich ist, dieselbe durch die Peitsche oder das Gassenlaufen vollzogen wird. Die Peitsche ist poetisch, der Stock gemein und entehrend. Es lebe unser Mütterchen Oberst, riefen die Soldaten nach dieser originellen Anrede. Zuletzt ließ sich Frau von Melin die Offiziere vorstellen. Als die Reihe an Paulow kam, heftete sie ihre schwarzen, blitzenden Augen geradezu drohend auf ihn. Nehmen Sie sich in Acht, Herr Kapitän, sagte sie. Ich höre, Sie sind ein wenig leichtfertig, ein Nachtschwärmer und Spieler und dazu noch ein Feind meines Geschlechts, von welchem doch alle Verfeinerung der Sitten kommt. Ich wünsche nicht, dass Sie sich nachlässig im Dienste oder in irgendeiner Weise widerspenstig gegen meine Befehle zeigen. Es würde die schlimmsten Folgen haben. Es wurde ihm nun eine Kompanie zugeteilt, in der sich sehr viele Rekruten befanden. Der leichtlebige junge Offizier musste infolgedessen beinahe den ganzen Tag auf dem Exerzierplatz zubringen und fand Gelegenheit genug, sich in dem Reglement wie in Geduld zu üben. Sein schöner Oberst erschien auffallend oft auf dem Platze und sah mit einem ganz besonderen Interesse zu, wie Paulow seine Rekruten drillte. Bis jetzt hatte sich der sonst so leidenschaftliche Mann keine Blöße gegeben. Aber deshalb entsagte seine Feindin der Hoffnung nicht, ihn doch einmal zu fangen. Und war er einmal nur in ihre Hand gegeben, dann Gnade Gott! Als der Kapitän wieder einmal beschäftigt war, seine Wilden zu drillen, geschah es, dass ein alter Korporal einen Rekruten, welcher sich besonders ungeschickt zeigte, mit dem Kolben seines Gewehres auf das Bein schlug. In diesen Momente erschien Frau von Melin. Herr Kapitän Paulow, begann sie kalt im Befehlshaber-Tone. Der Kapitän grüßte mit dem Degen und näherte sich dann. Wie können Sie dulden, fuhr der weibliche Oberst fort, dass dieser Mann so misshandelt wird? Ich habe nichts bemerkt, erwiderte Paulow. Sie sollen alles bemerken, was auf dem Exerzierplatz bei ihren Leuten geschieht, sprach Frau von Melin trocken. Weshalb hast du diesen Mann mit dem Kolben gestoßen, wendete sie sich an den Korporal. Zu Befehl, gnädige Frau Oberst, entgegnete der alte Soldat, weil er nicht begreifen will. Und da meinst du, dass er den Kolben besser verstehen wird als dich? sagte Frau von Melin, die braun zusammenziehend. Zugleich trat sie rasch vor den Rekruten hin, blieb aber vor demselben geradezu sprachlos stehen. Es war ein Mann von zugleich so blendender und vollendeter Schönheit, wie ihn Frau von Melin noch nie gesehen hatte und wie er umso weniger an dem Hofe Katharinas zu finden war. Er musste auf eine Frau, welche weder die Gemälde der großen Italiener noch die Bilderwerke der Griechen kannte, einen wahrhaft unbeschreiblichen Eindruck machen. Kaum älter als 20 Jahre, bartlos, duftig, weiß und voll wie ein Mädchen, erschien der junge Grönadier trotz seiner Höhe von beinahe sechs Fuß, eigentlich nicht groß. So proportioniert war sein Bau im Ganzen wie in den Einzelheiten. Am überraschendsten wirkten jedoch der Adel und die harmonische Feinheit seiner Gesichtszüge. Kurz, es war ein Adonis im Soldatenrock, welcher vor der Rokoko Venus stand. Nach einer Pause sagte Frau von Melin zu dem Kapitän. Wie nennt sich der Mann? Ivan Rachimov, erwiderte der Gefragte. Wie lange dient er? Kaum 14 Tage. Umso mehr Nachsicht darf er sich in Anspruch nehmen, erwiderte der weibliche Oberst. Ich wünsche, dass Sie diesen prächtigen Rekruten nicht den rohen Händen und Stöcken der Korporale überlassen, sondern sich selbst mit seiner Ausbildung befassen. Ich? Ja, Sie! Frau von Melin nickte dem schönen Grenadier, der von dem Ganzen nicht viel verstand, gnädig zu und wendete sich nach einer anderen Abteilung ihres Regiments. Also ich soll persönlich das Vergnügen haben, dein Exerziermeister zu sein, murmelte Paulow, als seine Tyrannin ihm den Rücken gedreht hatte. Wohl nur deshalb, weil du ein bisschen länger und hübscher bist als die anderen. Meinetwegen, aber nimm dich zusammen, Bursche, denn ich habe noch weniger Geduld als der alte Schnauzbart mit seinem Kolben. Also, habdacht, Marsch! Ein und zwanzig zwei und zwanzig! Der Kapitän nahm den schönen Grenadier tüchtig in die Arbeit. Anfangs war alles ganz gut, wie es aber an die Gewehrgriffe beim Laden ging, welche damals nach preußischen Muster sehr stramm und rasch eingeübt wurden, wollte es durchaus nicht klappen und plötzlich pfiff das spanische Rohr, Paulows, das er gleich jedem Offizier der Rokoko-Zeit trug, über Ivans Rücken. Zu seinem Unglücke hatte sich sein schöner Oberst ihm unbemerkt genähert. Pfui, rief Frau von Melin zornig, habe ich meinen Offizieren nicht befohlen, ihre Soldaten gut zu behandeln? Ist dies das gute Beispiel, das sie ihren Unteroffizieren geben? Vergeben sie, gnädige Frau, erwiderte Paulow, dessen Antlitz flammende Röte bedeckte, aber der Mann ist ungeschickt und fast schwer auf. Das wollen wir doch gleich sehen, sprach Frau von Melin. Man muss eben Geduld haben und ein wenig Philanthropie. Sie nahm das Gewehr aus Ivans Händen und zeigte ihm die Griffe, einen nach dem anderen, indem sie jeden für sich von ihm wiederholen ließ. Gut, sehr gut. Sehen Sie, wie das geht? Sie haben keine Geduld, Sie haben Ihre Damen im Kopf anstatt Ihre Soldaten. fielen inzwischen die Worthiebe auf Paulow. So, jetzt alles zusammen, befahl der weibliche Oberst. Ivan machte die Tempos. Halt, du hast vergessen, die Patrone abzubeißen, rief Frau von Melin. Noch einmal. Ivan schulterte und begann das Laden von vorne. Halt, du musst den Ladestock aufsetzen, unterbrach sie ihn. So, kräftig, kräftiger, noch einmal. Der schöne Grenadier schulterte und fing wieder mit der Wendung halblinks und dem Beifuß des Gewehrs an. Aber Ivan, rief Frau von Melin schon ein wenig minder sanft, du hast wieder die Patrone nicht abgebissen. Der Adonis machte ein unbeschreiblich dummes Gesicht. Er begriff offenbar nicht, welche Bedeutung es für sein russisches Vaterland und sein Mütterchen, die Zarin haben könne, ob er eine Patrone, die nur in der Einbildung seines Kapitäns und seines Obersten existierte, abbeiße oder nicht. Also noch einmal. Wieder die unglückliche Patrone. Beiß sie doch ab, fuhr der weibliche Exerziermeister auf. Jetzt war es vollends aus. Sobald Ivan sah, dass man mit ihm die Geduld verlor, stieg ihm das Blut zu Kopfe und er sah und hörte nichts mehr. Hörst du die Patrone? Ivan starrte vor sich hin in das Leere. So beiß doch, schrie Frau von Melin. Der Rekrut machte ein rundes Maul wie ein Karpfen. Hörst du nicht? Ivan hörte in der Tat nichts mehr. Da klatschte eine tüchtige Ohrfeige auf seine Wange, welche ihn zur Besinnung brachte. Paul der sich bis jetzt heroisch bezwungen brach in ein schallendes Gelächter aus. Sie lachen, stammelte der weibliche Oberst wütend. Sie wagen zu lachen? Das ist Insubordination, das ist ein Akt der Widersetzlichkeit gegen ihren Vorgesetzten. Aber Madame, kein Wort mehr. Paul lachte fort. Sie lachen noch immer, fragte Frau von Melin bleich fortzorren. Gehen Sie sofort zum Prophosen! Paul verneigte sich und verließ, sich noch immer vor Lachen schüttelnd, den Exerzierplatz. Der weibliche Oberst ging hierauf, die Hände auf dem Rücken, schweigend, vor dem schönen Grenadier auf und ab. Dann, in einiger Entfernung vor ihm stehenbleibend, begann er, Bist du wirklich so ein Tölpel, Ivan Rachimov? Oder ist es mehr Trotz und Eigensinn bei dir? Der Adonis gab keinen Laut von sich. Nun antworte doch, kannst du dir nicht merken, dass du die Patrone abzubeißen hast? Nein, sagte der Rekrut. Und weshalb nicht? Weshalb merkst du dir, dass du den Ladestock in den Lauf zu stoßen hast? Weil ich den Ladestock in Händen halte, die Patrone aber nicht, entgegnete der Grönadier und überhaupt nicht weiß, wie eine Patrone aussieht. Es ist Logik in dem, was du sagst, meinte Frau von Melin. Dann rief sie den alten Korporal und befahl, eine scharfe Patrone zu bringen. Die Patrone in der Hand machte sie jetzt das Exerzitium noch einmal durch und reichte sie dann Ivan. Wirst du es jetzt treffen? Ja. Also, gib Acht auf das Kommando. Es ging vortrefflich. Sehr gut, noch einmal. Wieder lief die Sache ohne Anstand ab. Ah, ich merke, du bist ein Sohn der Natur, rief Frau von Melin. Dir taugt das Abstrakte nicht. Du musst sehen, hören oder in Händen halten, was du auffassen sollst. Kannst du lesen? Nein. Möchtest du es erlernen? fragte sie. Oh, für mein Leben gern, antwortete der schöne Grenadier. Warte nur, wir wollen gleich einen Versuch machen. Frau von Melin zog ein kleines Buch aus der Tasche ihres grünen Samtüberrockes und begann, die kleine Hand auf die Schulter des Soldaten legend, ihm die Buchstaben zu zeigen und zu erklären. Aber dies sind keine russischen Buchstaben, sagte Ivan. Woher weißt du das? Ich habe oft die großen Kirchenbücher gesehen, bei unserem alten Kirchensänger. Ja, du hast recht, es sind lateinische Buchstaben. Und die Worte verstehe ich auch nicht, sagte der Grönadier. Es ist nicht unsere Sprache. Ganz recht, gab Frau von Melin zur Antwort. Es ist Französisch. Das Buch nennt sich Candide und der Mann, der es geschrieben hat, Voltaire, ist der größte Geist der Zeit, den die Kaiser und Könige wie ihres gleichen achten. Ich möchte das Buch lesen, meinte Ivan. Ich möchte überhaupt alles lesen, alles lernen, alles erfahren, was war und ist und die zukünftigen Dinge. Ich möchte die alten Chroniken kennen und wissen, wie es in fremden Ländern ist, in Frankreich und bei den Türken. Nun, dein Wunsch soll in Erfüllung gehen, sagte Frau von Melin lächelnd. Du gefällst mir, du gefällst mir sehr gut. Ich werde dich unterrichten lassen, ja, ich selbst werde deine rief der Grenadier, indem er sich nach der Art russischer Bauern vor seinem obersten niederwarf und den Saum des hellen Frauen Gewandes küßte. Alle Heiligen sollen sie beschützen, schönes Mütterchen, und werde ich auch Französisch erlernen? Ja, auch Französisch, lachte Frau von Melin. Kapitel 4 Ein Jahr und darüber war seit dem Morgen auf dem Exerzierplatze des Regiments Tobolsk verflossen und Ivan Rachimov war dank der von russischen Prinzipien geleiteten Fürsorge seines schönen Mütterchen Oberst, seinen Lehrern und noch mehr der erstaunlichen russischen Bildsamkeit aus einem unwissenden Bauern, einem halb wilden Leibeigenen, ein Mann von Bildung und feinen Sitten geworden, freilich nicht in dem Sinne unserer Zeit, aber er wusste von der Welt, ihren Geschicken und Einrichtungen, von Geschichte, Geografie, Naturgeschichte und Literatur beiläufig so viel wie die Hofleute Katharinas. Er bewegte sich mit dem Anstand und der Grazie eines Kavaliers Ludwigs des 15. Und was die Hauptsache war, er sprach französisch besser als die meisten Russen jener Zeit und las französisch, was die wenigsten seiner gebildeten Landsleute imstande waren. Und vor allem war er ein strammer Soldat, nicht allein, dass er nie mehr vergaß, die Patrone abzubeißen, er hatte es in den Ladetempos zu einer Schnelligkeit gebracht, wie sie nur den besten alten Grenadiern Friedrichs des Großen eigen war und galt als der beste Driller junger Soldaten. Längst zierte die Auszeichnung des Serganten seinen Uniformrock, aber er strebte weiter. Es war eine Zeit, wo gemeine Soldaten durch ihre Tapferkeit vor dem Feinde, ihre Talente oder die Gunst schöner Frauen zu den höchsten militärischen Würden stiegen, die Zeit der Orlov und Potemkin. Auch Ivan Rachimov träumte von goldenen Epauletten und dem breiten Bande des Georgskreuzes. Jede Minute, welche ihm der Dienst der Kaiserin freilies, verwendete er unermüdlich dazu, sich in militärischen Dingen zu unterrichten. Mit einem preußischen Deserteur, einem deutschen Pastors Sohne, studierte er die Taktik der Griechen und Römer und die Feldzüge der Preußen. Man begann sich in militärischen Kreisen und sogar am Hofe für ihn zu interessieren. Böse Zungen nannten ihn den Potemkin der Frau von Melin. Indes ebenso gewiss Amor es war, der ihn mit dem Korporalstock in den verschiedenen Wissenschaften drillte, ebenso unschuldig waren bisher die Beziehungen des schönen Grönadiers zu seinem Oberst im Reifrock gewesen. Frau von Melin selbst war sich über den Charakter ihres Interesses für ihn am wenigsten klar. Eines Abends Ivan Rachimov hatte eben mit seiner Kompanie die Wache im Palaste bezogen, saß er in einem der duftigen Holunderbüsche des Parks von Tsarskoye Selow gleich einem scheuen Vogel verborgen und las, als unerwartet ein Frauengewand ganz in seiner Nähe rauschte. Ivan hielt den Atem an, aber vergebens. Wer ist hier? fragte eine schöne energische Stimme. Ivan trat hervor und nahm Stellung. Vor ihm stand eine majestätische Frau, deren gebietender Blick freundlich auf ihm haften blieb. Ein Soldat? fragte sie lächelnd. Und ein Soldat, der liest? Sie nahm das Buch aus seiner Hand. Französisch sogar, der Anti-Machiavel. Nun, mein Bruder Friedrich kann zufrieden sein. Er ist bei Lebzeiten in das Volk gedrungen. Wie nennst du dich? Ivan Rachimov. Die Dame zog ein Notizbuch hervor und schrieb den Namen hinein. Dann gab sie dem Soldaten das Buch zurück, lächelte und ging weiter die Allee hinab. Am anderen Morgen, kurz vor der Ablösung, rief die Wache in das Gewehr. Ivan stand am Flügel. Die Mannschaft präsentierte, die Fahne wurde zur Erde gesenkt. Die Trommeln wirbelten, von vier Rappen gezogen, flog eine schöne Frau im Hermelin vorbei. Ivan hatte sie sofort erkannt. Es war die Dame von gestern. Wer war die Frau in dem Wagen? fragte er leise seinen Nebenmann. Du kennst sie nicht? erwiderte dieser. Wer kann es sein als unser Mütterchen, die Zarin? Ivan wurde pur pur rot. Warum bist du wieder so rot im Gesicht? rief Paulow, indem er seinen Degen einsteckte. Das ist gegen das Reglement. Es ist nicht erlaubt, dass ein Soldat im Gliede röter ist als die anderen. Ich lasse dich dafür auf 24 Stunden krumm schließen. Kapitel 5 Es schlug sechs Uhr abends. Die Stunde, zu der Frau von Melin ihr großes Ziehkind, den schönen Grönadier bei sich erwartete. Die junge reizende Frau schritt seit einer halben Stunde aufgeregt in ihrem Boudoir auf und ab, nur von Zeit zu Zeit vor dem großen Trummo-Spiegel stehenbleibend, um von Neuem zu sehen, wie anmutig sie der offene Schlafrock von weißem Mull mit den rosa Bändern kleidete. Noch eine halbe Stunde verstrich. Ivan kam nicht. Die Ungeduld der schönen Amazone welche zu befehlen, alles ihrem Winke Folgen zu sehen gewohnt war, wuchs von Minute zu Minute. Sie begann Klavier zu spielen. Es schlug sieben Uhr. Der Oberstkommandant sprang zornig auf und schickte in die Kaserne. Wo bleibt er? rief sie dem zurückkehrenden Diener entgegen. Ivan Rachimov ist im Arrest. Im Arrest? Wer hat gewagt? Der Herr Kapitän Paulow hat ihn krummschließen lassen. Krummschließen, seufzte der weibliche Oberst. Nun wohl, wir werden sehen. Als Ivan an dem nächsten Tage pünktlich zur festgesetzten Stunde erschien, fragte Frau von Melin hastig, was hast du begangen? Weshalb hat dich dein Kapitän krummschließen lassen? Weil ich rot geworden bin. Weil du ah, es ist nicht zu glauben, der abscheuliche Tyrann, rief die schöne Amazone. Und bei welcher Gelegenheit bist du rot geworden? forschte sie weiter. Als ihre Majestät die Zarin vorbeifuhr, berichtete Ivan in aller Unschuld. So, dann hast du es verdient, stotterte Frau von Melin. Ihre Lippen zuckten unheimlich, ihre dunklen Augen loderten. Was hast du rot zu werden, wenn du die Zarin siehst? Gefällt sie dir so sehr? Bist wohl verliebt, was? Weißt du nicht, dass das ein Verbrechen ist, wenn du in deine Kaiserin verliebt bist? Ja, wenn du überhaupt verliebt bist. Du sollst nur an deine Flinte denken und an deine Bücher. Es gibt indes noch Mittel, dich zu kurieren. Siehst du hier? Die eifersüchtige Frau hatte ihren Rohrstock ergriffen und hielt ihn ihrem erschreckten Günstling unter die Nase. Verstehst du mich? Ja, ich verstehe, sagte Ivan, aber er hatte von der ganzen Sache nichts weiter verstanden, als dass Ivan der Schreckliche und sein Leibwächter, wie sie im Volksliede verkörpert sind, wahre Engel gegen seinen Kapitän und seinen Obersten waren. So, sagte Frau von Melin, jetzt wollen wir in Ovids Kunst zu lieben weiterlesen. Sie setzte sich auf das kleine Sofa und Ivan auf ein Tabouret zu ihren Füßen. Sie reichte ihm den französischen Ovid, er schlug das Buch auf, wo das rotseidende Merkzeichen darin lag und las, aber seine Stimme zitterte. Kapitel 6 Das war ein böser Tag für das Regiment. Der schöne Oberst erschien in der bösesten Laune beim Morgenrapport, in jener Laune, in der die gefürchtete Soldaten des Potins stets gerecht, aber mit unerbittlicher Strenge und ohne das geringste Erbarmen so lange Knute und Spießruten spielen ließ, bis die Falten von ihrer Stirne verschwunden waren. Auch heute musste sie Strafen diktieren, Seufzer hören, Blut sehen und das alles nur, weil sie Ivan gestern Abend trotz seiner Versicherungen nicht verstanden hatte. Ihre düstere Toilette, ein Oberkleid von schwarzem Samt mit dunklem Zobelpelz besetzt, das über dem Unterkleide von gleichem Stoff und gleichen Farben eng in die Teil schloss und dann weit nach rückwärts auseinander floss, passte vortrefflich zu ihrer neuronischen Stimmung. Sie hätte am liebsten gleich die Kaserne angezündet und ihr ganzes Regiment verbrannt. Vor ihr standen Offiziere und Unteroffiziere und erstatteten ihre Berichte. Der Soldat Peter Rebkin wurde auf frischer Tat bei einem Einbruch in das Gewölbe des Kaufmanns Roval Sig Goff ergriffen, meldete ein Kapitän. Ist dies sein erster Fehltritt? fragte Frau von Melin. Allerdings, er hat sich bisher ganz gut aufgeführt. Er soll also nur gepeitscht werden. Wie viel Hiebe? 50! Dimitri Paschkan hat seinen Kameraden bestohlen, sagte ein anderer Kommandant. Paschkan? War der nicht schon abgestraft? fragte der militärische Nero, die Brauen zusammenziehend. Allerdings, wiederholt abgestraft. So, da muss man den Burschen diesmal schärfer fassen, entschied Frau von Melin böse lächelnd. Er soll mir vorerst durch eine Woche in den Bock gespannt werden und zwar in einem finstern Kerker bei Wasser und Brot und dann soll er Spießruten laufen zehnmal durch 200 Mann. Das wird der Mann kaum aushalten, sagte der Kommandant. Er ist noch jung und schwächlich. Nun, soll er meinetwegen in der Gasse sterben, rief die schöne Frau. An so einem Menschen verliert die Gesellschaft nichts. Der Sergent Isidor Tzolovic hat sich bei einem Raufhandel in der Schenke seinem Leutnant widersetzt und die Hand gegen ihn erhoben. Solche Fälle müssen besonders streng gestraft werden, sagte Frau von Melin, sonst lösen sich alle Bande der Disziplin. Der Mann ist zu degradieren und 20 Mal durch 200 Mann zu jagen. Hält er es aus, so ist er nach Sibirien abzuführen. Nach einem köstlichen Diner sich halb träge, halb missmutig auf dem Balkon ihres kleinen Palastes die Zähne stochernd, sah Frau von Melin den Exekutionen zu, welche auf ihren Befehl auf dem großen Platze vor der Kaserne vollzogen wurden. Sie sah kaltblütig die von ihr Verurteilten an den Pfahl binden, unter der Peitsche des Prophosen bluten oder in der Gasse vor den Bayonetten, welche dieselbe sperrten zusammenbrechen und warum nicht? Sie tat kein Unrecht, sie quälte niemand, sie fand nur Vergnügen an der Gerechtigkeit, welche sie nach Recht und Gewissen übte. Plötzlich trieb es sie, in die Kaserne zu gehen. Sie konnte sich keine Rechenschaft von dem geben, was sie dahin zog, aber sie musste hin. Sie setzte eine kleine runde Mütze von Zobelpelz auf ihr weiß gepudertes Haar und schritt ihr spanisches Rohr in der Hand rasch über den Platz hinüber. Welch ein Schauspiel bot sich ihr im Kasernenhofe vor der Front seiner Kompanie stand Paulow auf den Degen gestützt, während zwei Korporale ihren Günstling Ivan, welcher die Hände gebunden hatte und in höchster Verzweiflung Verwünschungen ausstieß und weinte auf die bereitstehende Prügelbank zu schnallen suchten. Schon schien der Widerstand des schönen Grenadiers fruchtlos und die Kameraden freuten sich ihn, der längst ihren Neid erregt unter dem Korporalstock stöhnen zu hören. Da brachte Frau von Melin Hilfe zur rechten Zeit. Was geschieht hier? rief sie von Weitem schon. Sofort hielten die Korporale ein. Ich strafe einen Soldaten, sagte Kapitän Paulow kalt, während in ihm alles kochte, denn auch er hielt Ivan für seinen glücklicheren Nebenbuhler. Wofür? fragte der weibliche Oberst. Und mit welchem Recht? Mit dem Rechte, welches mir als Kompaniechef zusteht, meine Leute für Dienstvergehen zu strafen, erwiderte Paulow noch immer gelassen. Was hat der Mann begangen? warf Frau von Melin ein. Gewiss wieder eine Bagatell. Ist er diesmal vielleicht bleich geworden, als er im Gliede stand? Er ist gestern Abend eine volle Viertelstunde nach dem Zapfenstreich nach Hause gekommen, sagte der Kapitän. Wahrhaftig eine volle Viertelstunde, höhnte der weibliche Oberst, und dafür eine so unmenschliche entehrende Strafe? Ob der Zapfenstreich um eine Minute oder um eine volle Stunde überschritten wird, entgegnete Paulow, ist gleichgültig. Übrigens handelt es sich hier noch um etwas ganz anderes. Dieser Mann verschmäht es sich zu rechtfertigen, ja, er verweigert trotzig jede Antwort darüber, wo er den gestrigen Abend zugebracht und auf welche Weise er abgehalten wurde. Wenn es nichts weiter ist, sagte Frau von Melin, darüber kann ich Aufklärung geben. Ich weiß, wo Ivan Rachimov gestern Abend war. Dies wird Ihnen wohl genügen, Herr Kapitän? Nein, dies genügt mir nicht, rief Paulow, dem die zornes Adern auf der Stirn schwollen. Ich muss wissen, wo der Mann war. Müssen Sie das wirklich wissen? spottete Frau von Melin. Nun gut, Ivan Rachimov war gestern Abend bei mir. Paulow entfärbte sich. In der Kompanie entstand eine unbeschreibliche Bewegung. Wenn der Mann trotzdem eine Strafe verdient, sagte Frau von Melin mit einer Würde, welche Paulow förmlich zu Boden schmetterte, so strafen Sie ihn menschlich. Vergessen Sie nie, dass es einer Ihrer Brüder ist, der gefehlt hat. Oh, wir kennen diese lächerlichen Sentenzen, diese modernen Ideen französischer Philosophen, erwiderte Paulow, welche die Herrschaft über sich vollkommen verlor. Es stünde ihnen besser an, nicht zu vergessen, was sie mir, dem Edelmanne und Offiziere schuldig sind, als mich und sich selbst eines gemeinen Soldaten wegen dem Gelächter preiszugeben. Glauben Sie, fragte Frau von Melin, deren Augen blitzeschossen, welche aber immer ruhig, ja spöttisch blieb. Ich finde dagegen nichts lächerlicher als Prätentionen, welche sich auf Vorzüge stützen wie Adelsbrief und Offizierspatent, die man jeden Augenblick zerreißen kann. Was bleibt dann übrig, wenn das Einzige nicht vorhanden ist, was heutzutage noch geachtet wird? Der echte Menschen wert? Noch bin ich Offizier, rief Paulow. Sie sind es nicht mehr, gab der Oberst im Reifrock keck und schneidend zur Antwort und riss zugleich Paulow die Epauletten herab. Sie wagen, stammelte dieser nach dem Degen greifend. »Ich bin hier an der Zarin Stelle. Wer mir ungehorsam ist, verletzt seine Pflichten gegen die Monarchen«, fuhr Frau von Melin fort, während ihr Samtkleid drohend knisterte. »Ich habe strengstens verboten, meine Soldaten mit dem Stock zu strafen. Sie haben mein Verbot verhöhnt, ihre Pflicht als Offizier mit Füßen getreten. Sie sind ein Rebell. Sie verdienen exemplarisch gestraft zu werden. Ich degradiere sie hiermit zum gemeinen Soldaten und sie, Ivan Rachimov, ernenne ich zum Kapitän und Kompaniechef. Paulow war nahe daran umzusinken. Er brachte keinen Ton hervor. Tränen füllten seine Augen, während Ivan, dessen Bande rasch gelöst wurden, vor der schönen Amazone dankend seine Knie beugte. »Darf ich sie an einem Tage, wo sie mich so mit Gnaden überschütten? fragte der neue Kapitän noch um eine besondere Gunst bitten, gnädige Frau? Nun, geben sie mir den gemeinen Paulow in meine Kompanie, bat Ivan mit feindselig lauerndem Blicke. Ein diabolisches Lächeln überflog das schöne erbarmungslose Antlitz der beleidigten Frau. »Es sei aber unter einer Bedingung, Sie haben zu befehlen«, sagte Rachimov. »Ich befehle also den gemeinen Paulow zu ihrem persönlichen Dienst, Herr Kapitän«, sagte Frau von Melin. »Und was die lächerlichen philanthropischen Sentenzen der französischen Philosophen betrifft, so suchen sie dieselben bei dieser Gelegenheit zu vergessen«, »lieber Rachimov, und kaufen sie sich bei Zeiten eine Peitsche, denn Hunde und Diener muss man peitschen. Kapitel 7 Wenige Tage nach der Katastrophe, welche Paulow aus seiner eingebildeten Höhe zu den Füßen seiner Feinde herabstürzte und ihn rettungslos der Willkür und dem Übermute derselben Preis gab, wurde das Regiment Tobolsk in das Lager beordert, welches zur Übung der Truppen nach preußischem Muster nur eine Stunde von Zarskoje Selow entfernt, auf besonderen Befehl Katharinas der Verehrerin Friedrichs des Großen errichtet worden war. Der neue Kapitän Ivan Rachimov war hier der Gegenstand der lebhaftesten Aufmerksamkeit von Seiten der Offiziere wie der Damen des Hofes, welche ihn, wie es damals Sitte war, teils ungeniert, vor aller Welt, teils ungenannt, mit den kostbarsten Dingen beschenkten. Er saß eben mit einigen Kameraden in seinem Zelte beim Kartenspiel, als ein Lakai in der Livree, wie sie von der Palast-Dienerschaft der Zarin getragen wurde, eintrat, sich verneigte, dem Liebling Fortunas ein großes Paket übergab und sofort wieder verschwand. Ein neues Präsent, du Glückspilz! Was mag das sein? riefen die jungen Offiziere durcheinander. Rachimov öffnete vorsichtig die Umhüllung. Sie enthielt einen jener kostbaren Pelze, mit denen Katharina II. die französischen Philosophen zu beschenken pflegte, wenn sie nach Petersburg sie zu besuchen kamen. Ein allgemeiner Ruf der Überraschung folgte der Enthüllung. Rachimov hob das wahrhaft kaiserliche Geschenk empor und hielt es auseinander. Es war ein großer Weiterpelz von grünem Samt und dunklen Zobelfellen gefüttert und verschwenderisch ausgeschlagen. Ein Pelz für einen Großfürsten! schrie einer der Kameraden. Ja, für den Zahn selbst! beteuerte ein anderer. Aber was mache ich damit? seufzte Rachimov, der bereits eitel wie ein kokettes Weib war. Ich kann ihn doch nicht zu meiner Uniform tragen. Was fällt dir ein? unterbrachen ihn mehrere zugleich. Es ist ja ein Schafpelz! Komm probiere ihn! sagte ein junger Leutnant und wollte Ivan hineinhelfen. Nein, nein! erwiderte dieser Wozu hätte ich denn meinen Diener? Hey Paulow! Der ehemalige Kapitän trat rasch und gehorsam, aber durchaus nicht demütig herein. Er trug jetzt den gewöhnlichen Soldatenrock, war aber noch immer mit Sorgfalt frisiert. Hilf mir in den Pelz da! befahl Rachimov. Paulow gehorchte schweigend. Prachtvoll! riefen die Offiziere. Rachimov sah in der Tat wunderbar schön in dem Schafpelz aus, beinahe wie ein verkleidetes Weib, eine der kühnen Amazonen Katharinas. Aber dazu gehören unstreitig türkische Pantalons und Hausstiefeln, entschied ein junger Graf, der in Paris gewesen war. Glaubst du? fragte Rachimov. Nun, das lässt sich machen. Er setzte sich auf sein Bett und streckte Paulow den einen Fuß hin. Verstehst du nicht? schrie er auf, als der ehemalige Kapitän sich einen Augenblick besann. Ausziehen! Du bist jetzt ein gemeiner Soldat, mein Diener, also so gut wie mein Sklave gehorche, oder? Paulow gehorchte. Als die Toilette beendet war, trat Rachimov vor den Spiegel und betrachtete sich, in demselben, wohlgefällig von allen Seiten. Nun, deine Schöne ist aber wirklich splendid, sprach der junge Graf. Wie, wer? fragte Ivan erstaunt. Ich denke, unser schöner Oberst, Frau von Melin. Paulow erbleichte bis in die Lippen. Frau von Melin? staunte Rachimov. Meinst du, dass sie... Die Kameraden brachen in ein lautes Lachen aus. Zufällig hatte Rachimov indes die Hände in die Tasche seines Schafpelzes gesteckt. Was ist das? murmelte er, ein kleines Etui hervorziehend. Noch etwas, lass ihn, baten die Kameraden. Rachimov öffnete und blieb mit allen anderen sprachlos. Denn das Etui enthielt das Bild der Zarin in Brillanten gefasst und ein Billet von ihrer Hand. Dem ausgezeichneten Kapitän Ivan Rachimov von seiner wohl affektionierten Kaiserin Katharina die Zweite. Rachimov war bis an die Ohren rot geworden, aber nicht, wie die Kameraden glaubten über die unverhoffte, vielverheißende Gunst der Kaiserin, sondern über die Idee des Grafen, das Geschenk müsse von Frau von Melin sein. Also es ist eine ausgemachte Tatsache, sagte er zu sich selbst, dass dich dieses schöne Weib liebt und dass du sie wieder liebst, alle wissen es, nur du und sie, ihr selbst habt keine Ahnung davon, aber die Kameraden haben recht, es soll anders werden. Und als wollte sie Antwort bringen auf seinen halb erbitterten, halb lustigen Monolog, erschien zu rechter Zeit Frau von Melin, von zwei anderen Amazonen, der Fürstin Lubina Menchikow und Hedwig Samarov begleitet auf der Schwelle seines Zeltes. Oh, gnädige Frau, stammelte Rachimov in unbeschreiblicher Verwirrung. Ich bin wie Sie sehen gar nicht in der Verfassung, Damen, diese Toilette, eine Toilette, die ebenso kostbar als geschmackvoll und reizend ist, sagte Frau von Melin, den Adonis durch ihre Lornette betrachtend. Paulow stand seitwärts, mehr tot als lebendig. Gewiss ein Geschenk, begann Frau von Melin vor Eifersucht fiebernd. Ja, ein Geschenk, erwiderte Rachimov, furchtsam wie ein Schulknabe. Von einer Dame? Ja, von einer Dame. Wer ist diese Dame? Es, es ist, es. Rachimov wischte sich den armen Sünderschweiß von der Sterne. Es ist die Kaiserin. Die Kaiserin, wiederholte Frau von Melin scheinbar gleichgültig. Das habe ich mir gleich gedacht. Sie hat Geschmack, den besten, feinsten Geschmack. Aber wollen die Damen nicht Platz nehmen, bat Rachimov, dem das Blut zu Kopfe stieg. Hey, Stühle, Paulow! Frau von Melin, welche ihren ehemaligen Anbeter erst jetzt bemerkte, ließ ihre dunklen Augen lange und seltsam auf dem selben haften. Dann ließe sich mit der Fürstin Menchikow auf eine Ottomane nieder, welche vor dem Zelte stand. Wir wollen im Freien sitzen, sagte sie. Also Tische und Stühle vor das Zelt, gebot Rachimov. Der ehemalige Kapitän gehorchte mit dem Eifer eines Sklaven, der die Peitsche fürchtet. Nachdem alle Platz genommen hatten, befahl Rachimov etwas kalte Küche und Wein. Augenblicklich war alles zur Stelle. Wie sind sie mit ihrem Diener zufrieden? fragte Frau von Melin nachlässig, während Paulow die Gläser füllte. Vortrefflich, sagte Rachimov, er ist gehorsam wie ein Hund und schnell wie ein Blitz. Wäre er übrigens anders, so bin ich der Mann, ihn mir zu dressieren. Noch eine Flasche. Paulow eilte sie zu bringen. Oh, wie schön sie heute sind, begann Rachimov, seinen Feldsessel näher zu Frau von Melin rückend. Ich und warum gerade heute, lächelte Frau von Melin. Sie haben noch nie bemerkt, dass ich schön bin, Herr Kapitän. Ich in der Tat, stammelte Ivan, wie hätte ich auch wagen sollen, aber ich habe immer darauf geschworen, dass sie die schönste Frau an unserem Hofe sind. Ich bitte nach der Kaiserin, fiel Frau von Melin boshaft ein. Nein, vor der Kaiserin. Wie galant auf einmal. Ich bin nicht galant, ich bin verliebt, flüsterte Rachimov. Frau von Melin zuckte die Achseln. Ich weiß, dass sie eine Männerfeindin sind, fuhr der Adonis fort, dass ich ohne Hoffnung liebe. Eben war Paul zurückgekehrt und hörte, während er die Flasche auskorkte, die letzten Worte. Warum ohne Hoffnung? erwiderte Frau von Melin kokett mit dem Fächer spielend. Oh, sie machen mich zum glücklichsten der Sterblichen, jubelte Rachimov. Fülle die Gläser, Paulow! Der ehemalige Kapitän zitterte am ganzen Leibe vor Wut und Eifersucht. Und so geschah es, dass er den roten Wein statt in das Glas der schönen Frau, die er jetzt rasender als je liebte, über ihre weiße, mit Bouquets in farbiger Seide gestickte Robe goss. Wie ungeschickt, rief Frau von Melin. Rachimov sprang auf, riss die Peitsche, welche am Eingange seines Zeltes am Nagel hing herab und wollte Paulow schlagen. Dieser zog aber blitzschnell ein Messer aus seinem Gürtel und stieß damit gegen die Brust des Übermütigen. Rachimov wich dem Stoß geschickt aus, stürzte sich mit überlegener Kraft auf den vor Entwand ihm die Waffe, warf ihn zu Boden und setzte ihm den Fuß auf die Brust. Dies alles war das Werk eines Augenblicks. Die Damen, welche entsetzt aufgesprungen waren, begannen zu lachen, als sie den unglücklichen Paulow sich in ohnmächtiger Wut wie einen Wurm unter dem Fuße Rachimovs krümmen sahen. Soldaten liefen herbei und banden Paulow an Händen und Füßen. Während sie ihn wegführten, sah er noch, wie Frau von Melin ihr Glas gegen Rachimov erhob und auf sein Wohltrank. Dann sah er nichts mehr, es wurde Nacht vor seinen Augen. Kapitel 8 Paulow hatte die Hand gegen seinen Vorgesetzten erhoben mit der offenkundigen Absicht denselben zu töten. Das Kriegsgericht verurteilte ihn zum Tode. Frau von Melin erwartete, dass er sie um Gnade bitten werde. Drei Tage verstrichen. Paulow bat nicht. Es kam der Morgen, an welchem die Hinrichtung stattfinden sollte. Ein Offizier suchte, als der Tag graute, den Verurteilten auf und forderte ihn auf, um Pardon zu bitten. Paulow schüttelte den Kopf. Frau von Melin selbst erwartet es, sagte der Offizier. Ja, ich darf beinahe sagen, sie hat mich hierher geschickt. Oh, ich kenne diese Frau, erwiderte Paulow mit einem schmerzlichen Lächeln. Sie will nur sehen, dass ich mich vor ihr demütige, dass ich womöglich auf den Knien um mein Leben bettle, um dann umso gewisser keinen Pardon zu geben. Sie irren sich, ich irre mich nicht, ich danke ihnen, aber ich irre mich nicht und ich werde nie und niemals um Gnade bitten, schloss der verurteilte. Als die schöne Amazone von seinem Entschluss Meldung erhielt, stampfte sie zornig mit dem Fuße und befahl dann, auf der Stelle zur Exekution zu schreiten. Es war ein Frühlingsmorgen voll Licht, Duft und Frische, als Paulow in der Mitte eines Detachement Grenadier den Weg zum Tode ging. Auf den blühenden Zweigen der Kirschbäume zwitscherten Sperlinge und Finken. Vom nahen Dorfe klangen freundlich hell die Kirchenglocken herüber. Auf der Richtstätte erwartete Frau von Melin, ganz in grünen Zobel besetzten Samt gekleidet den Rohrstock in der Hand vor der Front ihres Regimentes den Verurteilten. Bei dem Anblicke des schönen geliebten grausamen Weibes durchschauerte es Paulow. Aber er verlor keinen Augenblick seine Fassung. Noch einmal trat der Offizier welcher das Exekutionskommando führte an ihn heran und forderte ihn leise auf eine Gnade zu erbitten. Ich danke ihnen von ganzem Herzen sagte Paulow und bitte sie nach meinem Tode Frau von Melin und Ivan Rachimov zu sagen dass ich ihnen vergeben habe aber ich bitte nicht um Gnade. Zugleich warf er Rock und Mütze ab und trat festen ruhigen Schrittes vor den Sandhaufen. Der Profos verband ihm die Augen. Das Exekutionskommando marschierte auf. Sechs Mann traten vor. Sechs Flintenläufe zielten auf Paulows Brust. Feuer! Feuer! Paulows stand noch immer aufrecht und ehe er noch verstehen konnte was geschehen war fiel die Binde von seinen Augen und das schöne grausame angebetete Weib lag unter Tränen lachend an seiner Brust. So seltsam ist das weibliche Herz. Solange sie in Ivan Rachimov den armen Leibeigenen den gemeinen Soldaten den Halbwilden sah während ihr Paulow als ihresgleichen stolz und übermütig gegenüber stand hasste sie den letzteren und glaubte den ersteren zu lieben. Wie sie aber einmal Rachimov zu sich erhoben hatte wie er durch seine Gaben sogar zu glänzen begann war er ihr nicht mehr interessant und die Waagschale des Unglücklichen auf das tiefste gedemütigten Paulow stieg gerade in dem Augenblicke wo sie ihn unter dem Fuße Rachimov sah erwachte die Liebe zu ihm in ihrer Brust mit verdoppelter Gewalt und sie war von da an entschlossen ihm nicht allein das Leben sondern auch ihr Herz und ihre Hand dazu zu schenken aber sie konnte es sich nicht versagen seine Festigkeit seinen Mut auf eine Probe zu stellen welche er so schwer sie auch war glänzend bestanden hatte sie lieben mich waren die ersten Worte welche Paulow stammelte und sie haben mich so sehr gehasst ich habe sie nie gehasst flüsterte Frau von Melin weshalb haben sie mich dann so entsetzlich gequält fragte Paulow nicht ich Amor war es Amor ja aber Amor mit dem Korporalstock war es